Wir müssen nochmal Schuhe, Strümpfe etc. wie gesagt, kommen wir nicht umrum. Da brauchen wir jetzt nicht sagen, was wir machen in dem Bereich. Top secret. Wir haben einen Kittel an. Wir sind Laborantinnen und da hat man immer einen Kittel an und da braucht man nicht viel Garderobe. Die Garderobe bleibt im Schrank. Immer weiß und langarmlich und zu. Geschäftlich ist halt Geschäft, da muss man halt irgendwie ein bisschen ansprechend aussehen. Als privates mir das eigentlich völlig wurscht. Da gibt es keinen Unterschied bei mir. Privat, beruflich kann ich dasselbe tragen. Also ich bin gerade im Service und muss eine Bluse tragen, darüber eine Weste, dann ein Halstuch, eine lange Hose und eine Schürze. Also ist schon ganz schön anstrengend im Sommer, aber muss man durch. Da ich studiere, ist mir das egal.